Baby ist im Schnee. Oh, ist das nöch. Liebe YouTube-Familie, ich habe heute noch gar nichts gefilmt, außer die Hasen. Ich gehe jetzt in die Arbeit. Ich habe heute meinen Schminktisch komplett sauber gemacht, ausgerollt, ausgewischt, Schminke aussortiert. Und Bad geputzt und halt auch den Badezimmerschrank wirklich komplett, alles draußen. Neusortiert geordnet, die Schränke alles geordnet. Und jetzt geht es in die Arbeit und nach der Arbeit treffe ich mich noch mit einer Freundin. Ich denke, wir gehen auf den Weihnachtsmarkt. Ich habe mich jetzt ein bisschen abgehetzt. Sag, hi. Wir haben's weg, man. Ist voll geil. Simone ist nicht an der Heizung, weil hier kalt ist, sondern weil hier arschnoss ist. Die Wahrheit, die true story hier. So, und jetzt gibt's erstmal das Wakeman. Alle voll begeistert. Hey, es ist bald Wochenende. Feierabend und es regnet. Oder schneit oder was auch immer. Schnee, Regen. Auf jeden Fall werde ich nass und mein Sattel wird wahrscheinlich auch trocken nass sein. Wunderschön. Hervorragend. Ja, wen haben wir denn da? Wen haben wir denn da? Die Holly. Wartest du auf dein Obst? Möchte Holly Obst? Obst? Weintraube? Ja, Obst. Okay. So, ich bin daheim. Weihnachtsmarkt ist jetzt doch ausgefallen, weil meine Freundin leider krank ist. Ja, naja. Aber vielleicht nächste Woche dann. Ähm. So. Hunger. Hasen füttern. Und Videos schneiden für morgen. Genau. Muss ich auch noch. Morgen ist ein Termin nach dem anderen. Also, wir sind voll ausgebucht und auch noch Termine, wenn wir eigentlich schon schließen. Deswegen heute schon schön alles vorbereiten, damit morgen nichts mehr zu tun ist. Ja, du kriegst jetzt gleich dein Obst, Holly. Ähm. Ich war jetzt noch beim Bäcker, hab mir Brot geholt. Die hatten leider keine, ich mag so gern diese Blätter-Thai-Käsestangen, aber die hatten die leider nicht. Ähm. Aber Brot und ich denke, ich brate mir vielleicht noch Champignons raus. Oh, jetzt kommt die Lotte. Jetzt geht's hier rund. Ha? Jetzt geht's hier rund. Mausi. Genau. Erstmal ausziehen, Hände waschen. Einmal Obst für die Holly. So, ich koche mir einmal Champignons raus. Schöne Butter. Dann habe ich mir eine Paprika aufgeschnitten. Was für eine tolle Perspektive. Lotte. Du bist doch ein Knaller. Ist das bequem? So, mein Abendessen ist fertig. Meine gebratenen Champignons, die Paprika, getrocknete Tomaten. Ich stehe im Moment drauf. Dann drei Scheiben selbstgebackenes Brot von meiner Mama mit mir die französische Kräuter. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. Wir sehen uns morgen wieder um 19 Uhr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis morgen. Tschüß. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.